um da war ganze laut schreien hätt ich mich kann sie sind ja bei den Gegner liegen auf einem Weg aber zuerst mal geht wiederholen denn mit Snake geht es besser logischerweise doch ich möchte nicht speichern beim sinnvollsten nach noch schnell letzten beiden Endgegner und ja danach geht es mal nicht weiter mit dem Let's Play da dann erstmal mein 100 Prozent gemacht werden und ich bin hier völlig falsch immer schön zu wissen ich bin sogar zufrieden darüber dass ich dort jetzt falsch mache ich wollte nicht unbedingt wieder runter und hoch und runter und da und da hier auch da ja klar das geht natürlich auch die Tür doch schon vorhin keine Ahnung ja klar natürlich war die Kirchenfreunde da ich bin nicht durchgegangen deshalb auch immer ich wollte eigentlich aber ja hab's irgendwie vergessen als ich mich heilen wollte ja 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 natürlich sind sie ja einen übernommene Teile der normalen Weg sag ich mal kommt jetzt sind Dok auch auch ja ja ich Schatz ver ja w Ja, setz dich doch in deinen Karton und ach, leck mich doch am Arsch, Alter, ey. Bin ich gerne da. Geh, Alter, ey, Alter, ey. klein sein kann gemein sein auch groß sein muss nicht unbedingt toll sein auch endlich ich glaube das war der schwerste spielbarer charakter den man als gegner haben kann also bisher aber ich weiß dass noch einer kommen wird ich habe aber ich bin ganz scharf drauf bin da raus zu finden werden sein wird ich bin ich bin ich bin Wollen wir noch den letzten Kämpfer bevor wir weitermachen und speichern mal schnell, das ist auch gut die können wir nicht einfach zurück zur Welt verstehe ich langsam alle unterschieden nein, ich glaube, achso, okay nein, ich glaube, achso, okay das ist der Game & Watch Das war's für heute. Ja, wenn er sich da ranhängt, kann ich auch nicht hoch. So voll Ferse war, wenn er die Kante blockiert. Na, also geschafft. Egal. Alle besiegt, ja, alle besiegt, sieht so aus zumindest. Das ist jetzt die Folge, logischerweise, folgendes, dass wir uns hier verpillsen und ich speichern werde und das Spielbänden werde. Ach, guck ich mal auf die Uhr, ich muss morgen wieder halbwegs früh raus. Und ja. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Ja. her ja ich hab heute geschlossen was danach Ach, Brawl wahrscheinlich mit Tomb Raider erstmal weitergehen soll. Wieso, weshalb, warum ganz einfach. Ich hab so angefangen, ich will wenigstens ein Desplay zu Ende spielen, wenn ich schon nicht Final Fantasy 8 zu Ende spielen tue, werde. Und so weiter und so fort. Also ich werde kurz in den Raum noch gehen und so. Ach, was ist das jetzt, wenn ich das jetzt, wenn ich die Aufnahmen und gucken, wo kurz was in den Raum kommt. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal mit Super Smash Bros. Brawl, der Suprem Emissär.